Musik Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends So viele haben mich danach gefragt Rabbit, wie soll man bitte beim C21 Event Stufe 50 schaffen Ohne die lila C21 zu besitzen Das zeige ich euch Ich habe den Kampf gerade gemacht, ich habe es euch aufgenommen Um ein bisschen leichter um es euch zu erklären und zu zeigen Ihr werdet genau eine Sache sehen Und ja, ich habe am Anfang den Ton vergessen Ihr werdet eine Sache sehen Ich habe viel, viel falsch gemacht Aber bedeutet auch Du musst kein Pro sein Du musst nicht die richtigen Helden besitzen Sondern du musst einfach nur ein bisschen zocken Ich habe es einmal versucht, beim ersten Mal geschafft Zack, fertig Ich habe gespielt, wie ihr seht, mit C17 Mit Kakunza und Bojack Alle drei lila Helden Natürlich Stark gegen grün Und alle drei haben einen Boost Das heißt, sie sind stärker in diesem Event Wenn du es nicht hast Ist aber auch kein Problem Denn es gibt noch andere Varianten So wie zum Beispiel Die blaue C21 Die Free2Play zu nehmen Ihr seht Ich mache die ganze Zeit Fehler Aber das ist kein Problem Und da hätte ich auch auf Bojack wechseln sollen Wie gesagt, ich finde es gar nicht schlecht Ich dachte mir zuerst Oh, ich nehme es neu auf Nö Ich finde das ganz gut Denn so sieht man Ohne mich jetzt irgendwie rauszureden Man muss das Spiel nicht perfekt beherrschen Um es zu schaffen Und ihr habt noch ein, zwei Tage Zeit Bei dem Video Um es nachzuholen Das Event Macht es auf jeden Fall Es ist nicht schwer Okay Und was ich noch sagen wollte Oh, da haben wir Ton Ich habe ein bisschen Ton Mach es nur lauter Geht es nur lauter Ne geht es nicht lauter Wahrscheinlich hört ihr gar nichts Naja, scheißegal Auf jeden Fall Was wollte ich jetzt sagen Ich habe meinen Faden verloren Ja, ihr müsst dafür kein Pro sein Ihr müsst nicht die richtigen Helden besitzen Ihr müsst nicht C21 besitzen Und ihr bekommt dafür Fucking 500 Zeitkristalle Kostenlos so einfach so geschenkt Und ja Genau Was ich jetzt sagen Weil die blaue C21 Free to play Hat einen 400% Damage Boost Die könnt ihr auch ohne Probleme mitnehmen Ich habe mich aber dazu entschieden Mit einem Mono Lila Team Also mit nur lila Helden zu spielen Da ich dazu Ich zeige es ja nach dem Kampf Da habe ich es auch verkackt schon wieder Ich zeige es nach dem Kampf Die besseren Booster Hat er auf der Ersatzbank Ich spiele mit drei Helden Und drei sitzen auf der Ersatzbank Die trotzdessen mein Team natürlich buffen Hier habe ich auch einen vollen Fehler gemacht Rising Rush nicht ausgewichen Aber eins kann ich empfehlen Was ich so gemerkt habe beim Spielen Wenn der Gegner Rising Rush einsetzt Nehmt die rote Karte Bei den meisten Fällen bei mir hat es geklappt Ich kann mich nicht erinnern Irgendwann meinen Rising Rush abbekommen zu haben Und ja ich habe es nie verkackt Rote Karten Leute Rote Karten einsetzen So ein zweiter Rising Rush geht drauf Wie ihr seht Es ist also bisher No problemo No problemo No problemo Ganz einfach Und wie gesagt Ich habe nicht mal die blaue C21 benutzt Die eben 400% mehr Schaden macht Und dazu Immer wenn sie eine Karte einsetzt Den Gegner schwächt Also du kannst viermal Eine Karte benutzen Mit der blauen C21 Und bei jedem Mal Alleiert der Gegner Für 15 Sekunden 15% mehr Damage Was ich auch noch sagen wollte Jetzt war auch so ein Fehler schon wieder Was ich auch noch sagen wollte Wenn du vor dem Gegner stehst Also die C21 vor deiner Nase steht Mach es nicht so wie hier Setz keinen Skill ein Keine rote oder gelbe Karte und so weiter Sondern Tipp aufs Display Und greif sie ganz normal an Das ist die beste Variante Was auch ziemlich geil ist Muss ich sagen Bei Kakunsa hier Ihr seht den Gegner Er bekommt ständig Damage Genau hier Keinen Skill einsetzen Sondern setzt eine Setzt euren normalen Tippangriff ein Also einfach auf Display drauf drücken Den Skill weicht sie einfach aus Immer eure Helden auswechseln Wenn ihr gerade keine Ausweichenergie mehr habt Auch ganz wichtig Und was ihr auch beachten müsst Setzt keinen Skill ein Wenn sie auf euch zurast Während ihr gerade Eine blaue Karte aktiviert habt Ist jetzt auch nicht die beste Idee Aber ihr seht wie gesagt Es läuft einfach dahin Der ist auch down Scheißegal Sie hat eh schon kein Leben mehr Sie kann sich natürlich heilen Ich habe mich sehr schön ausgewichen Und das war es auch schon Ich musste auf jeden Fall nochmal spielen Denn ich war viel zu langsam Ich habe einige Sachen Wie ihr gesehen habt Komplett falsch gemacht Ist aber prinzipiell Wie erwähnt Komplett egal Ihr müsst kein Pro sein Ihr müsst nicht die perfekten Helden besitzen Und so weiter So hier zum ersten Mal abgeschlossen Beim ersten Versuch Zum Glück gleich geklappt Tickets erhalten Auch sehr schön Titel erhalten Weil man es fertig gespielt hat Auch sehr wichtig Und natürlich am wichtigsten Hier Wie gesagt die letzten zwei fehlen hier Muss ich noch nachholen Aber Wir gehen rein in die Missionen Und können uns diese Wunderschönen Leckeren 500 Zeitkristalle Gönnen Wenn du das Video siehst Es kommt glaube ich morgen Also circa zwei Tage Erst noch Zeit Das Event nachzuholen Genau das hier Zeit für den Snack Ganz ganz wichtig Was ich jetzt hier zeige ist Ihr müsst nicht mit den Helden spielen Die ich gespielt habe Ihr seht hier auf den ersten Blick Die lila C21 Die man ja ziehen kann Aus dem Step Up Banner Ziehen konnte Beziehungsweise Konnte 100% mehr Damage Und allein 30% weniger Schaden Die blaue C21 Die ihr unbedingt spielen solltet Wenn ihr nicht so wie ich Ein Mono Lila Team spielen wollt 400% mehr Damage Und allein 70% weniger Schaden Das ist der Oberhammer Okay Ich glaube wir sehen auch noch mehr Ich bin hier runtergescrollt Ich habe bisher Ich habe es aufgenommen Ja 400% Ich kann es kaum glauben Dann seht ihr Ja die alle ein bisschen mehr Hier seht ihr bei Kakunza Und bei Bojack Die ich gespielt habe Die machen zwar 75% mehr Damage Was ziemlich geil ist Plus natürlich Lila Starkchen Grün Auch mehr Damage Aber sie erleiden Den normalen Damage Sie haben keinen Boost So wie Videl hier zum Beispiel Die ein bisschen weniger Schaden erleiden Oder ihr seht hier Mein C17 Habt ihr ja gesehen Hat im Kampf Extremen Damage gemacht Obwohl er nur Plus 25% hat Damage Allein hat aber auch 30% weniger Schaden Das ist ein guter Tank Den man haben kann Du kannst aber auch Genauso mit Videl zum Beispiel spielen Oder eben mit der blauen Ähm Ihr könnt auch Genau Ihr könnt auch mit C16 spielen Habt ihr zwar keinen Vorteil Im Element Macht trotzdem doppelten Schaden Gegen anderen Helden Und auch C18 Die weibliche ist eine Variation Die ihr nutzen könnt Auf jeden Fall Und ja Spielt halt nur bloß Ähm Jetzt ja Soll ich sagen Spielt jetzt bloß Keine ähm Eigentlich blauen Helden Außer Wie gesagt Der Dame Unbedingt Ah jetzt Einmal kurz Außer C21 So hier Wie gesagt Meine Ersatzbank Turls Ne Bufft Schlagangriff Und Verteidigung Von Element Lila Ist ganz geil Auf der Ersatzbank Ähm Unser Goku hier Bufft auch Element Lila Schlagangriff Fernverteidigung Auch ziemlich geil Und mein ähm C Ne Warum sage ich jetzt C Mein Super Saiyan 2 Vegeta Wollte ich sagen Bufft auch noch Schlagangriff Element Lila 30 35% Also damit Habt ihr wirklich Sehr sehr Leichtes Spiel Wenn ihr ein Mono Ähm Lila Team Wie gesagt Spielen wollt Ihr seht auch Ganz viele andere Ähm Möglichkeiten noch Die Super Saiyan 4 Super Saiyan God Super Saiyan Vegito Ist auch eine Möglichkeit Super Saiyan Blue Broly Du kannst alles mögliche Austesten Du hast immer nämlich Den großen Vorteil Wie gesagt Ähm Mit deinem Elementvorteil Lila gegen Grün Also Versuch dein Glück Gib nicht einfach auf Es ist nicht schwer Sogar Rabbit hat es beim ersten Mal Geschafft mit Lila Helden Benutzt einfach Was dir am meisten Spaß macht Wo du denkst Jo es funktioniert Und auch wie gesagt Wenn die Dame hier Mehr Schaden erleidet Vom generischen C21 Macht sie trotzdem 400% Mehr Damage Versucht auf jeden Fall Mit ihr zu spielen Vielleicht auch zwei Lila Helden dazu Die Party geht ab Ich wünsche euch viel Glück Macht das jetzt noch schnell Ihr habt noch zwei Tage Zeit Circa wie gesagt Viel Glück dabei Gerne abonnieren Den Kanal hier Um nichts zu verpassen Gerne Meinungen In die Kommentare Mit welchem Team Hast du es geschafft Außer natürlich Der Lila C21 Wir sehen uns beim nächsten Mal Wieder viel Spaß Mit den Videos Auf der Endcard Haut hart rein Und ciao Bei Dima Ach goog'n Amendment orig eleven grain 히